Im Vergleich zum Vorgänger haben wir die Karosserie komplett neu entwickelt und auch das Fahrwerk. Zudem wurde die Lenkung modifiziert. Wir haben jetzt eine perfekte Gewichtsverteilung, eine deutliche Reduzierung im Gewicht und auch eine deutlich größere Freiheit bei der Fahrwerksabstimmung. Wir haben bis zu 100 Kilo verloren und das Fahrzeug fühlt sich jetzt deutlich leichtfüßiger und agiler an mit einer großartigen Rückmeldung von der Straße. Mein persönliches Highlight ist die Integral Aktivlenkung, die nicht nur eine Lenkung an der Vorder-, aber auch an der Hinterachse bietet. Zudem haben wir mit dem adaptiven Mode einen Modus, der sich an das Fahrverhalten des individuellen Kunden anpasst. Die Integral Aktivlenkung bietet mehrere Vorteile. In niederen Geschwindigkeiten beim Parkieren wird der Komfort erhöht, beispielsweise durch einen reduzierten Wendekreis, durch die mitlenkenden Hinterräder. Im mittleren und höheren Geschwindigkeit wird die Agilität gesteigert und bei höheren Geschwindigkeiten wird, wie beispielsweise im gerade Auslauf, die Stabilität des Fahrzeugs nochmals erhöht. Jeder kennt die nervige Stausituation auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Der neue Fünfer wird auch im Bereich Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren neue Standards setzen. So kann das Fahrzeug selbstständig lenken, bremsen und beschleunigen und dies auf allen Straßen weltweit. Mit dem neuen Fünfer bringen wir das digitale Leben des Kunden in unser Fahrzeug. Wir haben mit der neuen Fahrzeugbedienung eine Oberfläche, die speziell für Touch-Optimierung in der Automobilindustrie entwickelt wurde. Dies bedeutet, dass wir große Kacheln zur Bedienung haben und auch eine Personalisierung ist möglich. Das heißt, der Kunde kann sich die Oberfläche speziell an seine Wünsche anpassen. Zusätzlich bieten wir eine Vielzahl neuer Dienste, wie zum Beispiel E-Mail-Exchange-Server-Connection oder Parkplatzinformationen am Straßenrand, in dem die Wahrscheinlichkeit für freie Parkplätze aufgezeigt wird. In der Weiterentwicklung des Fünfer gab es für Designer ein klares und präzises Briefing. Der neue Fünfer soll deutlich dynamischer und sportlicher wirken als der Vorgänger und zudem sollte man viele technische Details und die Präzision in der Linienführung sehen. Neues Highlight in der Front sind die LED-Scheinwerfer, die direkt mit der Niere verbunden sind und die Breitenwirkung des Fahrzeugs unterstützen. In der Seite hat man eine sehr flache C-Säule mit einer coupéhaften Silhouette. Malkant ist zudem in der Seite die Schulterlinie, die sich jetzt als neues Design-Element aufsplittet und direkt in den Hofmeisterknick erzieht, während die untere Linie bis in die Heckleuchte reicht. Wenn der Kunde die Tür öffnet, ist er sicherlich begeistert vom großzügigen Raumgefühl und dem hochwertigen Interieur. Der Fünfer ist das Fahrzeug mit der größten durchschnittlichen Kilometerleistung. Compared to the predecessor, we have a new chassis and suspension system and even the steering was modified. All parts now are much lighter than the predecessor. We have a perfect weight distribution and we have a maximum freedom in optimizing the suspension setup. The biggest step is the new suspension system. The new 5-Series drives even more dynamic than the predecessor without forgetting the comfort of the car. The new car feels agile, light-footed, even like a much smaller car. And be sure, this is the core of our brand and it drives like a typical BMW. My personal highlight is the Integral Active Steering, which doesn't only offer steering for the front but even for the rear wheel. Everybody knows these annoying driving situations, sitting in traffic jams for hours. We now with the 5-Series brought the driver assistance systems to a new level. We now offer braking, acceleration and steering to a new level, meaning on all roads worldwide up to 210 kilometers and are offering the ideal co-pilot. The new 5-Series brings the digital life of our customers into the car. With the new car interaction system, we offer the first for-touch operation optimized service in the whole automotive industry. In addition, we see a lot of new connected services. Email exchange server connection or parking information. For the all-new BMW 5-Series, we had a precise but clear briefing. Make the new car look more dynamic and sporty. And in addition, we want to see the technology and craftsmanship in this car. Highlights, for example, are in the front, the adaptive headlights, which are connected directly to the kidney and give the car a more dynamic and horizontal look. In the side, the car looks now more elegant and long-stretched. We have a strong shoulder line, which starts in the shade, turns to the light and divides up and goes to our iconic Hofmeister corner. In the rear now, we face two-sided exhaust pipes and the tail lamps now are stretched to the side, meaning we have a broad appearance on the road. The new 5-Series is a clear driver car. All lines are in direction of the driver. In addition, the 5-Series is a business sedan, meaning long-distance travels. So therefore, the customer should feel comfortable and at home, meaning roominess in the interior and a high-value perception. and of course, the new源 is on the back of the vehicle. That's why we have the most together and invite the vehicle takedify person. That's the policy. a lot of people get there. are two-sided affordable equipment. and they can see an emergency data for the special person through I'm to take my attention to the Herevan Center and будут are one-on-body fahrenización picks is to 對-on its Behики that it was with good and a Ganconcom check for housing access. So now you can see that,